Kommen wir... Nein, kommen wir nicht. Portal ist hier. Ja, da glaube ich, unten war immer nur ein Portal und oben sind zwei. Ja, ja, ja. Das stimmt. Wieso komme ich denn jetzt durcheinander? Und schwupps. Einmal da hoch. Suvam, komm mit. Abenteuer. Großer Krieger. Schmelz in der Gletscher. Was? Machen wir hier nicht so einen Wind. Oh. Was ist denn das? Ach, das war der mit seinem komischen Ball. Jetzt ging es gerade nicht. Ich habe gedrückt wie ein Warni, aber nein, heute nicht. Und der sieht in Tatsache so aus, ne? Ich habe extra mal mir ein paar Bilder davon angeguckt. Wah, Eken. Haut eines Pelikanen. Mhm. Okay. Oh, ja, wollen wir noch nicht. Das ist wohl richtig. Das ist schön. Frustartychen. Bebebebebebebebebe, bleb, 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 bleb. Erfolg! Check! Ja, das? Munitionskiste! Wozu sollte ich die hier rausnehmen? Hä? Da haben wir gar keine Aufgabe mehr. Muss ich doch über das andere Ding gehen? Die Aufgaben haben wir doch alle gelöst. Aber konnte man nicht... mit einem anderen Spiegel und so. Nimm mal Vorsicht selber! Ich dachte man kann hier auch hoch und runter. Nimm mal ein paar Fische mit. Dass da doch nicht ganz vorbei ist. Nicht ganz umsonst. Ich weiß nämlich nicht ob ich einfach so raus darf. Dachte man braucht nur nach unten um durch zu kommen. Nimm mal alles einmal einschießen. Und dann... Bummer holen. Also es ist nicht Schluss hier. Das geht noch direkt in den Gletscher rein. Nur 30 Kilogramm. Ich will aber jetzt nicht alle hier wieder weitermachen. Hä? Äh? Seefolk betreten? Jaja. Und dann gehen wir... Schwimmen wir einfach mal runter zum Spiegel. Okay. Wenn der Spiegel von unserer Seite das anzeigen müsste er das ja von hier aus auch anzeigen. Äh... Spiegel... Links. Hier... Gletscher. Okay. Schmelzender Gletscher. Ja. Bis hierhin sind wir gekommen. Genau. Diese eingefrorene Hand. Sind wir schon richtig im Gletscher? Ja. Nochmalso hätt ich... Schwen wir gleich... habe ich... Worth Neues! Oder nur wer Raum 2... What Neues! Oder nur wer Raum 2..? die muss ich auch zweimal denn ich scheibenbäuche das klingt seltsam scheinend daneben gezwirbelt ja nicht space drücken gibt der münchen na ja immerhin noch mal jetzt 51 es ist so kalt ich kann nicht ohne die richtige ausrüstung hinuntergehen ach da war ja weiß da war ja weiß und wie kommen wir jetzt hier weiter gar nicht dann gehen wir mit was machen wir uns jetzt voll einfach hier drüben mit quallen jetzt noch mal die puzzle machen wird ein bisschen aufregend war das dauert viel zu lange dann machen wir uns hier noch mal voll dann müssen wir also bis morgen warten ja ich hab dich gesehen ja es geht ab und jetzt noch mal komm raus jetzt jawohl ok nehm mal mit fup ok cashout fup 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 reingezündet naa pauschal ich dachte schon vielleicht schon teuer in diese richtung zack hier muss ich erstmal umdenken hier muss ich erstmal umdenken einfacher ich krieg dich ich krieg dich irgendwann wo schießen wir den noch ein und da unten sehe ich dass er gerade wieder zurückkommt ein 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 fisch fisch ein naa den da da den da einschießen na den da drüber schießen auch knapp dann halt so rum fup ist aber schön damit hat diese höll ich ja auch noch einen zweck wobei wir glaube irgendwo ein aus dieser hülle raus kam oder am anfang und dann kommen von hier oben der ökoterrorist und der der watson schreien jull jull tammer zolläe öp ach wir haben keine spitze gell wir haben noch keine spitze Haben wir schon diese Runde? Nein, haben wir noch nicht. Zack. Sehr schön. Eigentlich wollte ich mich voll machen. Aber so kriegen wir noch mehr Fische mit. Und wenn wir diese Runde nutzen und der Versicher da umgenutzt zu werden. Na, nö. Krieg dich. Hab dich. Currywürfel. Gekeschert. Gekeschert. Ähm, ja. Jo, fein. Dann haben wir nämlich noch was für die Drohne. Damit haben wir ja noch mal richtig was rausgeholt. Guck mal. Oh. In Fischi. 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 Jetzt gucken wir mal andere Buchstaben Kombinationen. Auch wenn es nur vier Buchstaben sind. Gib mir mal eine Spitzhacke. Danke. Da können wir uns das OPA auch noch holen. Oh. Was sind wir hier? Jawohl. Noch eine Lampe. Ne mit. Ne mit. OPA Erz. Einmal runter links. Und runter. Richtig. Richtig. Die. Damit haben wir die Ecke hier fertig. Dreimal OPA Erz. Dann kann man ja für die Quest abgeben. Nein. Vielleicht brauchen wir es ja zum Bauen. Zum Basteln. Da ist noch ein Fischi. Da hinten haben wir die Rückholstation. Jetzt. Eingezündet. Eingezündet. Meins. Meins. Immer noch nicht überladen. Mo. Mo. Ich wache. Streng dich ein. Du willst volle Taschen haben. So. Äh. Fup. Immer noch nicht voll. Wir sind auch gerade mal 10 Kilo überbelastet. So ein bisschen was. Munition mitnehmen. Vielleicht finden wir noch was Großes. nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Boah. Hopp. Ufo Guusho. Reicht das schon? Ja. Reicht schon. 140. Wir können nach Hause schweben. Telefonieren. Nach Hause telefonieren. Fetzt. Haben wir das auch? Fein, fein, fein. Feuerwerk. Was ist also die Idee, die du, die du vorhin erwähnt hast? Oh, da ist. Was, wenn du die Sea Blue Basis infiltrierst, um ein mechanisches Teil zu besorgen? Ich in ihre Base? Die Leute von Sea Blue haben das Gebiet nachts mit Unterwasserdrohnen erkundet. Folge den Drohnen und du wirst ihre Basis finden. Das klingt ziemlich gefährlich. Bei uns. Peace.